Hallo meine lieben Englischschüler! In diesem Video möchte ich euch zeigen, mit welcher Einstellung zum Englischlernen ihr langfristig die besten Lernerfolge erzielen werdet. Viel Spaß mit dem Video! Ja, in diesem Video möchte ich mit euch über die richtige Einstellung zum Englischlernen sprechen. Ich bringe ja jetzt seit ungefähr fünf Jahren anderen Menschen die englische Sprache bei. Vieles passiert hier auf YouTube, das heißt, ich veröffentliche regelmäßig Englischlernvideos, verfolge natürlich auch eure Kommentare, denn ich möchte wissen, ob euch die Videos gefallen, was in den Videos besser gemacht werden kann und vor allem auch, was ihr aus den Videos mitnehmen konntet. So, ich mache aber jetzt nicht nur Englischunterricht auf YouTube, sondern habe ja auch meinen Direktunterricht. Das heißt, ich stehe im direkten Kontakt mit einzelnen Englischschülern und helfe denen, in Englisch besser zu werden. Und sowohl auf YouTube als auch in meinem Direktunterricht stelle ich immer wieder fest, dass meine Englischschüler einfach nur mit dem Ziel an bestimmte Lernkapitel herangehen, sie abzuschließen. Statt sich zu sagen, ich muss jetzt gucken, dass ich das Thema bestmöglich verstehe, also tiefgründig, umfassend und am besten auch praktisch anwenden kann, sagen sie sich, okay, ich lese jetzt ein Kapitel durch, ich brauche es auch nicht üben, ich habe es ja soweit gelesen und auch verstanden und komme dann zum nächsten Kapitel. Sie haben halt auch das Ziel, ein Kapitel schnell abzuschließen, möglichst wenig Einsatz zu zeigen, möglichst wenig Zeit in das Thema zu investieren. Aber so kommt halt auch kein Lernerfolg zustande. Ich mache es jetzt mal an einem Beispiel fest. Mir fällt es sehr häufig auf, wenn es um das Thema Grammatik und Zeitformen geht. Es fängt schon an beim Simple Present und dem Present Progressive. Das sind zwei Gegenwartsformen im Englischen, die man recht am Anfang lernt. Und die meisten konzentrieren sich einfach darauf, wie bilde ich das? Okay, man hat es soweit verstanden. Die Bildung ist auch nicht ganz so schwer, zugegebenermaßen. Und klar, es gibt ein paar Ausnahmen und Regeln, die halt auch nicht immer wirklich gelernt werden, weil man sich dann sagt, okay, es sind ja Ausnahmen, es passiert dann wahrscheinlich selten, brauche ich nicht zu lernen. Aber wenn es dann in den Bereich geht, wann wende ich welche Zeit an, sind sich auch schon fortgeschrittenere Englischlerner nicht mehr wirklich sicher, weil sie eben das Thema zur früheren Zeit nicht einmal vernünftig gelernt haben, weil sie mit der Einstellung herangegangen sind, ein Kapitel möglichst schnell und ohne viel Aufwand abzuschließen. Und das führt halt dazu, dass man auch später in der englischen Sprache immer unsicherer wird. Denn die ganzen Themen bauen ja aufeinander auf. So, dann kommen andere Zeitformen hinzu. Insgesamt gibt es ja über zehn Zeitformen im Englischen, weil man ja auch im Englischen diese ganzen Verlaufsformen lernen muss. Dann kommen die ganzen Konditionalsätze. Und irgendwann hat man als fortgeschrittener Englischlerner komplett den Überblick verloren. Und wenn man sich anfangs nicht schon die Mühe gemacht hat, alles gründlich, umfassend und vertiefend zu lernen, kommt man später vollkommen raus, weil man sich dann auch nicht mehr sicher ist, ob es nicht vielleicht doch noch irgendeine Ausnahmeform von irgendwelchen anfänglichen Zeitformen sind. So, das ist jetzt das Beispiel mit den Zeitformen. Was kann ich dazu auch noch sagen? Ja, also wie gesagt, das Thema Anwendbarkeit wird nicht vernünftig gelernt. Die, sie lernen halt auch sehr häufig nicht durch praktische Übungen. Das heißt, wenn irgendwelche Lernkapitel durchzuführen sind und danach gibt es irgendwelche schriftlichen Übungen, die werden einfach nicht gemacht, weil man sich denkt, ach, diese schriftlichen Übungen, die brauche ich jetzt nicht zu machen. Das ist nervig, ich will jetzt auch nicht mein Buch vollschreiben und überspringen das dann, ohne zu verstehen, wie wichtig es eigentlich ist, es mal gemacht zu haben, im besten Fall sogar regelmäßig. Also ich empfehle bei sowas immer, schreibt euch die Sätze ab auf ein eigenes weißes Blatt Papier und macht diese Übungen dann mehrfach. Und das betrifft nicht nur Grammatikthemen, das betrifft auch Vokabelthemen. Ich veröffentliche zum Beispiel regelmäßig auch Vokabellisten-Videos, zum Beispiel die 500 wichtigsten und meistgesprochenen regelmäßigen Verben im Englischen oder aber die 240 wichtigsten und meistgesprochenen Adjektive im Englischen. Warum mache ich das? Weil wenn man diese ganzen Vokabeln einmal drauf hat, dann hat man seinen Wortschatz um ein Vielfaches erweitert. Dann versteht man die meisten Texte. Also wer diese ganzen Wörter beherrscht, diese 500 Verben, regelmäßige wohl bemerkt, und die 240 Adjektive, der versteht die meisten Texte. Also der Sinn solcher Vokabellisten ist enorm groß. Nur was machen jetzt die Englischschüler? Versteht mich nicht falsch. Ich freue mich, wenn sie sich die Videos angucken. Aber es reicht nicht aus, wenn man sich ein-, zwei- oder dreimal diese Videos anguckt. Das ist noch kein aktives Lernen. Das Ziel ist nicht erreicht, wenn man sich nur ein paar Mal das Video angeguckt hat und trotzdem 20 bis 30 Prozent dieser ganzen Wörter nicht beherrscht. Deswegen, auch hier meine ich, aktives Lernen ist viel besser, als wenn man sich nur passiv die Sachen ein paar Mal anhört. Was könnt ihr hier machen? Schreibt euch die Wörter auf, die ihr noch nicht könnt, und lernt sie aktiv. Von mir aus auch mit einem Karteikartensystem. Schreibt euch die Karten auf. Wenn ihr euch die Wörter einmal aufgeschrieben habt, habt ihr euch sie auch viel besser eingeprägt. Und dann lernt mit einem Karteikartensystem. Oder aber, ich stelle ja auch die Listen, die Vokabellisten als Dateien in meinen Videobeschreibungen zur Verfügung. Dann könnt ihr euch dann Excel-Dokument holen und euch diese ganzen Wörter in eine App übertragen. Und dann regelmäßig auch digital mit den neueren Medien arbeiten, damit ihr diese ganzen Wörter mal richtig aktiv lernt. Und jetzt kommt das Beste an der ganzen Sache. Wenn ihr da wirklich aktiv und fleißig bestimmte Bereiche meistert und erfolgreich lernt, dann kommen die anderen Themen von alleine. Dann habt ihr Lust, weiterzumachen. Ich springe nochmal zu dem Grammatikteil zurück. Habt ihr dann einmal diese Gegenwartsformen, beherrscht die einmal. Dann traut ihr euch an die nächsten Themen. Dann macht ihr die einfachen Vergangenheitsformen. Ihr fühlt euch sicher. Das heißt, ihr verabscheut nicht, euch noch mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen. Auseinanderzusetzen, obwohl ihr eigentlich wisst, dass diese ganzen Themen verdammt wichtig sind. Zeitformen, das ist eines der Themen, die am häufigsten falsch gemacht werden. Und das ist auch der Grund, warum viele Leute auch später in ihrem Berufsalter keine Lust haben oder ungern Englisch sprechen, weil sie eben die ganze Zeit das Gefühl haben, dass sie es nicht richtig machen, weil sie eben ein paar Themen vermeiden zu lernen und diese Themen nicht angehen wollen, was dazu führt, dass sie niemals Englisch sprechen. Und das ist sehr schade. Deshalb lernt die Themen alle einmal richtig, anstatt sie nur oberflächlich anzugehen. Und ihr werdet von dieser Aufwärtsspirale, dieses erfolgreichen Lernens, erheblich profitieren. Das ist mein Versprechen an euch. Jetzt könnt ihr gerne auch mal in den Kommentaren verfassen, ob ihr da noch ergänzende Informationen dazu habt, ob ihr es ähnlich seht wie ich, ob ihr vielleicht auch anderer Meinung seid. Und wenn euch das Video weitergeholfen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, damit ich da auch Bescheid weiß. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß mit diesem Gedankengang und bis zum nächsten Video. Euer Englischlehrer.